Nach Skandal DSDS-Sensation, Florian Silbereisen ersetzt Xavier Naido. In der ersten Liebeshohe von DSDS verkündete Dieter Bohlen am Samstag, dass RTL auf der Suche nach einem neuen Churrasai. Jetzt steht fest, wer den Stuhl von Xavier Naido einnimmt, Florian Silbereisen. Nach dem Rauswurf von Xavier Naido begab sich RTL gemeinsam mit Dieter Bohlen auf die Suche nach einem neuen Churras für Deutschland sucht den Superstar. Schnell wurde spekuliert, dass Michael Wendler der Neuzugang sein würde. Das dementierte der Sender sofort. Jetzt ist allerdings klar, Florian Silbereisen wird neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Onan Echiti Platz nehmen. Im Video, Bohlen verkündet die Silbereisen-Überraschung. Diese Neuigkeit verkündet Dieter Bohlen stolz in einem Video auf seiner Instagram-Seite. In dem Clip, den Sie oben im Artikel anschauen können, erklärt er, ich habe goldene Schallplatten, ich habe Platin-Schallplatten. Was habe ich nicht? Silbereisen. Ja, der Florian. Das ist ja eine Sensation. Der kommt jetzt zu DSDS und bleibt da auch bis zum Finale. Das sei besonders schön, weil 50% aller aktuellen Kandidaten deutsche Schlager singen. Das ist grandios, findet Dieter Bohlen, denn damit kennt sich Florian ja mega aus. Das ist etwas ganz Besonderes, ich freue mich wahnsinnig auf Samstag. Es ist das erste Mal, dass wir beide eine Fernsehsendung machen, erklärt Dieter Bohlen und lädt seine Follower ein, unbedingt einzuschalten zur nächsten Liebeshof von DSDS bei RTL. Zur aktuellen Staffel zählen noch drei Episoden. Nach Skandal DSDS-Sensation, Florian Silbereisen ersetzt Xavier Naiduk. 20.03.2020, 9.40 Minuten Mo, Rix, T-Online Der DSDS-Jury, hier verkündet Dieter Bohlen der neue Jura. Quelle, t-online.de, Teilen, Pinnen, Twittern Drucken, Mailen, Redaktion in der ersten Liebeshof von DSDS verkündete Dieter Bohlen am Samstag, dass RTL auf der Suche nach einem neuen Jura sei. Jetzt steht fest, wer den Stuhl von Xavier Naiduk einnimmt, Florian Silbereisen. DSDS, diese Kandidaten sind noch im Rennen. Giaز... Chiara Damaiko, Quelle, Tuno Stefan Gregoravius Paulina Wagner, Quelle, Tuno Stefan Gregoravius Lydia Kellowitz, Quelle, Twno Stefan Gregor-Auvius Joshua Tappe, Quelle, Twno Stefan Gregor-Auvius Marcio Pereira-Conrado, Quelle, Twno Stefan Gregor-Auvius Ramon Karseloskay, Quelle, Twno Stefan Gregor-Auvius Chiara Damaiko, Quelle, Twno Stefan Gregor-Auvius Paulina Wagner, Quelle, Twno Stefan Gregor-Auvius Lydia Kellowitz, Quelle, Twno Stefan Gregor-Auvius Joshua Tappe, Quelle, Twno Stefan Gregor-Auvius Marcio Pereira-Conrado, Quelle, Twno Stefan Gregor-Auvius Ramon Karseloskay, Quelle, Twno Stefan Gregor-Auvius Fotoserie mit sechs Bildern nach dem Rauswurf von Xavier Naidu begab sich RTL gemeinsam mit Dieter Bohlen auf die Suche nach einem neuen Jura für Deutschland sucht den Superstar Schnell wurde spekuliert, dass Michael Wendler der Neuzugang sein würde Das dementierte der Sender sofort Jetzt ist allerdings klar, Florian Silbereisen wird neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Onan Echiti Platz nehmen Im Video, Bohlen verkündet die Silbereisen-Überraschung Diese Neuigkeit verkündet Dieter Bohlen stolz in einem Video auf seiner Instagram-Seite In dem Clip, den Sie oben im Artikel anschauen können, erklärt er, ich habe goldene Schallplatten, ich habe Platinschallplatten Was habe ich nicht? Silbereisen Ja, der Florian Das ist ja eine Sensation Der kommt jetzt zu DSDS und bleibt da auch bis zum Finale Das sei besonders schön, weil 50% aller aktuellen Kandidaten deutsche Schlager singen Das ist grandios, findet Dieter Bohlen, denn damit kennt sich Florian ja mega aus Das ist etwas ganz Besonderes, ich freue mich wahnsinnig auf Samstag Es ist das erste Mal, dass wir beide eine Fernsehsendung machen, erklärt Dieter Bohlen und lädt seine Follower ein Unbedingt einzuschalten zur nächsten Liebeshof von DSDS bei RTL Zur aktuellen Staffel zählen noch drei Episoden Silbereisen freut sich ebenfalls über die Zusammenarbeit Er sagt der Bild, ich war noch ein kleiner Junge, als Dieter mit Modern Talking internationale Erfolge gefeiert hat Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal mit ihm zusammenarbeiten darf Das ist schon etwas ganz Besonderes für mich Ich habe jetzt schon Lampenfieber Man müsse in Zeiten, wie diesen einfach zusammenhalten, sagte der Traumschiff-Kapitän auch Kein Wunder, eigentlich laufen seine Schlagershows nämlich ebenfalls Samstagabends In der vergangenen Woche war beispielsweise ein Live-Format in Halle geplant Dieses wurde aber aufgrund des Coronavirus abgesagt Nun machen Bullen und Silbereisen eben gemeinsame Sache, anstatt gegeneinander um die Einschaltquoten zu kämpfen Rückblick, Rauswurf von Xavier Naidu Xavier Naidu wurde in der vergangenen Woche aus der Jury von DSDS geworfen Nachdem ein Video im Netz aufgetaucht war, durch das Rassimus-Vorwürfe gegen den Sänger laut wurden Er selbst hatte daraufhin dementiert, rassistische Gedanken zu hegen, aber nicht erklärt, was genau er mit dem Clip beabsichtigt hatte, zu sagen Wenige Tage darauf ist ein weiterer Clip dieser Art von Xavier Naidu in sozialen Netzwerken herumgegangen Darin wettert er unter anderem gegen die Fridays-for-Future-Bewegung und outet sich als Leugner der Klimakrise zu werden Deine Schein Kleine Maschri Das sind's